Willkommen, mein Name ist Danilo L.P. Unter dem Meer mit Ariel und Goofy. In der letzten Folge haben wir uns auf dem Weg zur neuen Welt gemacht, die sich als Atlantiker herausstellt. Und da haben wir Ariel getroffen, die ihrem Vater nicht gehorcht und hier sind Herzlose und da gibt es diese Ursula. Und ja, wir machen halt Zeugs hier. Wir gehen als erstes mal, der uns Daddy ausgeschimpft hat, zu Ariels Versteck. Oh, okay. Von daher ist ein bisschen gespoilert. Kommt mir zu meinem Versteck, ich möchte euch etwas zeigen. Dort ist es. Und da ist ein Delfin. Von daher habe ich eine Sekunde bevor es passiert ist gespoilert. Oh, wobei ich wissen. Jemand hat... Ah ja, Ariel kann ja Aeropotion einbauen. Attack 14. Ja, ist halt 4. Ah, meine Nase juckt so. Vielleicht habe ich da wasser drin. Was ist das? Oh, das muss ich auch noch leiden. Oh, ich bin da noch mehr aufgetaucht. Leck mich. Ich gehe einfach hier und gehe weiter. Ja, ich kämpfe nicht gegen euch. Ich gehe einfach weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Schön. Ich glaube, ich habe all diese wunderbaren Sachen an, die Fabius und ich gesammelt haben. Ich glaube, sie stammen alle aus einer anderen Welt. Eines Tages werde ich erfahren, wie es draußen ist. Ich möchte andere Welten sehen. Klingt das verrückt? Nein, überhaupt nicht. Früher dachte ich genauso. Früher? Ich meine, jetzt auch. Warum suchen wir nicht zusammen das Stützloch, von dem du erzählt hast. Aber dein Vater hat gesagt... Ach, er behandelt mich wie ein kleines Mädchen. Verbietet mir immer alles. Er... Er versteht mich einfach nicht. Okay. Schöne Musik. Das ist ein riesiger Fisch, der gegen die Strömung schwimmen kann. Aber er hat Angst vor den bösen Kreaturen, die da rumschwimmen. Wenn wir sie vertreiben, spielt der große Fisch bestimmt mit uns. Wenn du nicht an ihm festhältst, wird er dich vielleicht irgendwo hin. Er versucht, das mal... ...als Kind irgendwie herauszufinden. Was ich voll schwer fand, immer. Okay. Die haben wir irgendwie nicht bemerkt. Die haben wir irgendwie nicht bemerkt. Aber die Frau könnte auch nicht benutzen. Und ich habe sie hartlos auf deinem Seite. Oh mein Gott, das ist Stella von Sylvain. Ich meine, Ursula. Ah. So, wir müssen erstmal hier raus. Den wir hier mitgenommen haben. Ich muss unbedingt stärker werden. Der große Fisch, ne? Aber du darfst raten, welchen Fisch die meinen. Denn der fiel. Lehm und Tamia wissen wir nicht mal. Die andere Fische heißen. Nee, nicht da. Wie komme ich nochmal jetzt zu denen ist? Atlantikia. Und die Kaffee. Duft, duft, duft. Die war aus dem Weg. Dicker Typ, ich muss den anderen Dicken Typen, wie er drücken. Oh. Das ist glaube ich ein Ausrüstungsgegenstand, oder? Heißgarin. Oh, geil. Das ist jetzt noch Blitze gegen einen so getrinkt. Das ist doch toll. Oh, Loops. So, Eiskarin. Der ist, ehrlich gesagt, nicht mal schlecht. Äh, wer hat denn hier... Äh, Eiskarin gibt es sehr viel Abwehrkraft. Äh, ja, nehmt man das. Es kommt Dunkelschiebe. Ah, meine Nase juckt die ganze Zeit so. Was ist das? Bin ich allergisch gegen Feature, oder was? Ich hätte gerne noch ein paar Fahrerfahrzeuge. Stop, Herr, Mann. Ding, 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 ding. Ich glaube, Eigo tut noch gar nicht Schaden anrichten, oder? Nicht damit, dass ich zu anderen Gegnern laufe. Ja. Jetzt du wieder. Einfach draufhauen. Da muss ich so lange machen, bis der Kammer oben geht, glaube ich. Was macht man das denn nochmal? Kann man nicht von hier auch schon dahin? Äh, ne, von hier aus nicht. Wiedersehen, Leute. Mein Planeten braucht mich. Los geht. Schön. So, wo ist der Delphin? Ist hier irgendwo. Ja, da bin ich jetzt wieder unnötig kompliziert, ob ich der Gefühl mache ich noch den Weg. Ich sehe nichts. Könnte ja schlecht ausgehen. Oh, Kofi. Na gut, materiell. Dann wollte ich meine wichtigen MP nicht verschwenden. Au. Boi. 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 jetzt war ich doch nicht da wo ist der fisch ist der große fisch ist doch hier irgendwo finden auf nein ich stehe pitchslap oh gott Hilfe! Alter! Oh! Wow! Oh mein Gott! Noch mehr! Geht mir auf die Nerven gerade. Kinder Delfinen! Wo bist du? Oh! Ja, ich kann den finisch. Meine Güte! Verpöselt ihr euch mal aus meinem Leben! Oh! Gott! Wenn du fügt mich könnte... Mache! Buff! War sehr gut! Sonderquarz! Genau das! Ich hab das schon wieder gehört! So! Ich will einen Kampf auf Leben und Tod machen! Das war ein faszinierender Speichelpunkt hier! Ob der Ding gesehen! Heimat wieder hoch! Und dann gehen wir weiter nach dem Devil Fliegensuche! Das heißt zwar, wenn alle Monster kaputt sind! Aber... Du bist auch glaube ich auch so auftauchen! Ich wollte nicht vorstellen, dass hier das ganze Gebiet hier abkundschaften muss! Alles töten muss, was hier oben läuft! Wo? Äh... Hilfe! Was geht mit Donnerquarz! Ich weiß nicht, worüber ich brauche! Aber... Es ist glaube ich wichtig! Ich glaube, das kriegt man auch nur hier! Ach man! Mein Gott, der ist ja mal auch nicht! Oh, Item! Keter! Wow! Arielle! Close up! Haha! Seht in eure Seele geschaut! Duft! Duft! Warum sag ich jetzt andere duft? Leute, ich mach mir Spaß! Lasst mich! Oh mein Gott! Ich hab schon wieder gehört, wie man... ...gepitch slappt wurde! Doof! Alex A! So war gerade noch einer! Ich kann damit nicht Geschwindigkeit kämpfen! Ich kann damit nicht Geschwindigkeit Feuerwehr verschießen! So, wo zur Hölle ist der große Fisch! Wo? Wo? Wo ist das denn? Wo? 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 Wo gehen wir erstmal... hier hin und weiter nicht? Wo? Wo bin ich jetzt hin? Atlantika! Wo bin ich jetzt hin? Wo bin ich jetzt hin? Atlantika! Aber hier weiß ich manchmal nicht! Wo lang! Guck mal, was hier ist! Ich meine doch, das war hier! Ich meine doch, das war hier! Engel! Ich gehe jetzt! Ich gehe jetzt hinzu! Ich gehe jetzt hinzu! Ich gehe jetzt hinzu! wo ist der kackdelphi ich habe keine ahnung na gut dann gehen wir mal weiß ich bin doch hier richtig der taucht doch hier auf irgendwo jetzt zehn minuten verschwenden zu schaffen hier ist auch viel aber der bringt ein nix ja ich habe keine leute so dem projekt muss alles funktionieren ist auch kein sehr viel auf seiner weil ich muss ihn noch nicht aktivieren oder wer ist denn mit den delphinen mit atlantica ja den muss ich doch benutzen glaube ich ich habe keine ahnung das ist ich habe gesagt bäms ja 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 und ersetzt sie so mehr oder weniger tun als also rufen kann es immer noch jemanden festhalten da bringt doch nichts jetzt mal im kreis deswegen sollte man eine karte kommt ich kann mir ja ich nicht weil ich nicht klar was ich machen muss das meeres der bilder da so hier muss ich nachdem der fiend da komme ich weiter aber das ist ganz kaputt ok ich habe sowieso nicht gegen die kleine führer als bekämpft oder 20 punkte kriegen dass wir gehen da wieder alle hier was ist denn hier los wo ist der Das ist auch eine Meerströmung. Ich muss ja hier lang. Da muss ich lang, glaube ich. Da muss ich auch nicht lang. Wo ist denn der verdammte? Wie triggere ich den denn nochmal? Muss doch nicht echt alle hier töten. Boah, was ist denn das? Weiß nicht, soll ich hier schneiden irgendwann? Kack, ich erreiche ja gar nichts. Was ist denn der Fehl irgendwo? Ich muss nicht vorstellen, dass ich wirklich alles töten muss. Das ist doch nicht. Ich komme jetzt so direkt nicht weiter. Bei der Zeitverschwendung. Ich mache immer alles hier platt. Das ist aber so nervig zu kämpfen. Mein Gott, hör auf die wegzuspupsen. Oh, da liegt noch was. Hallo. Boah, jetzt saufen die auch noch auf. Was sagt dem ich hier? So, wer kommt denn dann noch hier? Da ist er. Boah, mein Gott. Leck mich. Ich wusste, dass ich an diesem Punkt irgendwo stehen bleibe. Ich wusste es. Was? Ah, endlich war. Ich hab bei Schießen. Ah. Das war ein Ding. Ich komme da nicht ran. Dann gehen wir mal rein. Elixier. Der Zirkus auftreten. Das waren wir zehn Minuten wertvoll investiert. Wir haben zwar ein bisschen Erfahrung zu bekommen, aber trotzdem. Muss nicht sein. Ich habe übrigens Ability Plus bekommen. Soll ich mal nach? Berserker, Betäubungsschlag. Ja, lass mal das. Mal mal kurz mal gucken. Okay, ich dachte, es ist so proportional stärker. Je mehr Angriffe ich mache am Boden. Ja. Lecker, ich hab die Luftfahrt. Warte. Das war ja nicht. Warte, ich hab das. Ich habe das nicht gewaltt, also ein paar Filmechanismen. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht so gut. Und jetzt habe nicht mehr. mit rillard was hast du mit mann immer solche geheimen liefst und dann kriegt man immer noch mieter mieter derzeit so lange macht man den heil platt er legt da anscheinend auch wo ich glaube wir müssen gar nicht gegen kämpfe die galaktie für das ich lache ich brauche hilfe sagen bämms auch der farb sie sagt was da unter wasser bastard dann gehen wir mal zurück zu ariels versteckt weil da ist das ding doch ganz eindeutig schon mal gewesen bämms bämms ich gehe schon ich gehe schon da habe ich mal kaputt gehen meine gute ich gebe mir mp eigentlich nicht egal dann machen wir keine kämpfe wir tun die story vorantreiben weil wir ein bisschen viel zeit verloren finde ich kämpfe hatten wir genug ja ich glaube atlantik wird ein bisschen länger dauern als so zwei fahrze auch mal wieder was neues das ding hat mein zeichen das ding hat mein zeichen das muss sterben du hast mit riesigen schlüssel und mit darum du kannst mich nicht schlafen du kannst nicht schlafen du wirst nicht du wirst nicht du wirst bereits wissen in den anderen wirst natürlich ich weiß das aber du hast diese prinzipie kann man die hat schlüssel und bringt Ruhe Zora ist nicht so wie das ich denke das schlafen aber es gibt keinen Platz in meinem Ozean für dich oder deinen König jetzt kommt wieder was was ich nicht verstehe die ärztlosen kommen doch immer in die welten und die tun schon sich ein mischen in den welten die sind erlaubt oder was äh so so Donald und Goofies Logik auch am Anfang so 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 wenn nur so 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 wie so so wie hier Vielleicht kann sie dir ein paar Hilfe geben. Ja, vielleicht kann sie dir ein paar Hilfe geben. Wer bist du denn? Oh, sie wird sicherlich helfen. Sie wird alle deine Träume wahrnehmen. Ursula kann helfen. Du bist Kold, mein Lieber. Du bist Ursula. Ich dachte nur, ob... Es ist alles gut. Hilfen anderen ist das, was ich leben für. Lass mich sagen. Du möchtest sehen andere Welt. Das sollte nicht zu schwer sein. Nach allem, deine neue Freunde kommen aus einem anderen Welt. Was? Aber sie haben eine besondere Hilfe. Diese mysteriöse Schläge. Jetzt, jetzt. Oh, schirr auf, weine. Du hast auch etwas Besonderes. Jetzt, hör auf mich. Hey. Trau der großen, gruseligen Dame. Klingt nach der fabelhaften Idee. Geht weg. Hab genug von euch. Ich hab die Schnauze voll. Schön. Kommt direkt hin. Die Schnauze voll. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die Schnauze voll. Und jetzt, mein Lieber. Wenn du mich da annehmen kannst, mit deinem Vater in deinem Leben. Donderon ihr ablegt. Wegen Gründer. Hei. Du gibst nicht. 為 Greek. Ja, so ne is d'ag Wanton. Geile Logik mit dem Spiel manchmal. Nein, die da McCankungen. wenn wir da reingehen okay schlachtet noch ein paar herzlose ab oder was time for a little journey to the dark world of the heartless we cannot find the deal the deal is not here what plot twist we have company i'm afraid you're a little late handsome we must get it back come on let's go wait i'm going with you my father is hurt and it's all my fault i have to stop ursula that's right i'm right behind you ariel ok er knapp wie bösewichten auch in die backen na gut dann der zauberkiste verleiht ursula übernatürliche kräfte um ursula zu besiegen musst du mit magie ihren zauberkistel vernichten ok was hat das jetzt mit irgendwas zu tun egal welcher zauberkistel übrigens so dann würde ich sagen 30 minuten nein 31 oh gott muss ich beenden wir sehen uns in der nächsten folge von let's play kindermals final mix ich bedanke mich für zu schauen sagt tschüss bis zur nächsten folge